moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen out of map glitch auf der karte nuketown zeigen und zwar müsst ihr hier zu diesem grünen haus auf der linken seite seht ihr dann hier diese couch leute springt da drauf jetzt müsst ihr rausspringen nur wenn ihr rausspringt kommt ein timer wenn er auf null ist stirbt ihr also ganz schnell rüber rein leute springt drüber rennt geradeaus hier hinter die couch dann resettet sich der timer und von ihr aus habt ihr einen guten blick auf den spawn ja ihr könnt hier abnehmen oder ihr wartet paar sekunden und geht hier hinter den kaktus dort seit dem headglitch und ja viel spaß mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video